Eros Remazotti, 58, gönnt sich einen Urlaub mit einer heißen Dame. Der Sänger sorgt mal wieder mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Offiziell ist er Single und das scheint er auch auszukosten. Der La Cosa im AS Bella Interpret wurde im April mit einer Blondine bei einem Diner-Dip mit Freunden gesichtet. Was zwischen ihnen läuft oder besser gesagt lief, ist nicht bekannt. Und nun ist er schon mit einer anderen Lady unterwegs, hier genießt Eros einen Badetag mit ihr am Strand. Paparazzi erwischten den Italiener und die unbekannte Brünette am Strand von Mykonos. Wie die beiden zueinander stehen, ist nicht bekannt. Aber das eine Bild spricht Bände, Eros klatscht der Frau auf ihren Po. Danach mussten sich beide offenbar abkühlen und pflanzt sie harte in einem Wasser. Eros hat zwei Ehen hinter sich. Von 1998 bis 2009 war er mit der Moderatorin Michelle Hunziker, 45, verheiratet. Sie haben bis heute noch ein gutes Verhältnis zueinander. Danach war er rund fünf Jahre mit Marika Pelle Grinnelli, 34, geiert. Seit 2019 sieht man den Musiker immer wieder mit verschiedenen Frauen. Tipps für Bromiflash? Einfach E-Mail an, tipps at Bromiflash D D